Herzlich willkommen zur gepflegten Lego-Unterhaltung mit meinem freundlichen Kollegen Thorsten immer noch. Ich gehe nicht eher bevor das fertig ist. Ja wir wollen den Überfall auf der Wetterspitze. Jetzt sind wir schon bei Tüter Nummer 3. Boah das sind größeres an, ne? Das ist jetzt die kleine. Das muss mir gar nicht so einfach euch da reinziehen. So, jetzt habe ich es nicht vergessen. Oh da ist direkt was, dass ich brauche. Direkt. Direkt. Das finde ich immer ein bisschen anders. Oh das ist auch noch mal so. Ja das war auch das tolle wieder in Wacken, wo ich war. Da konnte ich auch wieder Schweizerdeutsch hören. Das ist auch immer schön. Schweizerdeutsch. Sprechen ihr es denn wirklich oder nur für die Tage, die sie da sind? Ne, jetzt sprechen sie ja auch wirklich. Ja. Aber wie gesagt, da ist ja so viel Vollquadräten. Aber die können auch sehr gut Hochdeutsch hören. Oh mein Gott, wenn sie Schweizerdeutsch sprechen, dann sprechen sie es so. Das finde ich gut. Jeder soll die Sprache sprechen, die er sprechen kann. Ja, mit den Spanien habe ich mich nicht mit Englisch unterhalten. Aber hast du ja nicht viel mitgekriegt diesmal, hast du gesagt. Ihr seid ja zu weit weg gewesen. Ja, aber trotzdem waren das Spanien. Bleibt nicht aus, die ziehst du offenbar. Ja. Ja, ich mag Schweizerdeutsch. Oder aus. Weiß ich nicht. Oh, da ist schon wieder so ein Rack. Dazu sage ich aber nichts. Der hat aber lange gebraucht. Dazu sage ich aber nichts. Dazu schweige ich. Mhm. Kasanova, ne? Tja, man tut was man kann, ne? Wow. Wenn es ihr denn auch reicht. Was heißt, das ging mir zu schnell aufspann? Oh, schön. Ja. Sonst hätte ich noch Sprache, aber... Das ist auch passend, ich bin ja jugendfrei angeblich, ne? Ich baue übrigens auch gerade den Ton. Aber ist ja egal. Ach so. Ja. Ja, dann... Dann brauchen wir noch einen drauf. Ne, nur drei. Drei. Drei Stück? Ja, hast du auch drei. Wo bist du mit deinen Kindern? Ich will es gar nicht wissen. Ach so, ja stimmt. Ich bin immer bei der Sache. Bei der Sache, ja? Ja. Auch ein toller Titel. Immer bei der Sache. Ach du Lüte. Ja, das muss man so sein. Hast du wieder Assoziationen? Immer bei der Sache. Und der zweite Teil, wie heißt der? Das ist eine gute Folge. Kommt spontan. Immer bei der Sache. Kommt spontan. Ich komm spontan. Hallelie wieder. Können wir machen mal so einen Contest. Die schlimmsten Titel für Pornofilme. Ich komm spontan. Immer bei der Sache. Mhm. Die es vielleicht aber auch gibt, diese Titel. Weiß man ja nicht. Das weiß man nicht. Möglich ist er. So. Mhm, 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 mhm. Also der kommt daneben. So. Thorsten schlägt ein bisschen. Aber du musst dich ein bisschen aufwängeln. Nein, nein. Ich gucke was du machst, damit ich sehe, was ich gleich machen kann. Da ist doch, doch. Das ist so. So ist das. So muss das. So muss das. Genau so und nicht anders. Dann sind wir durch. Ja, hier noch. Assoziationen. Tobias schläft ein bisschen. Du musst ja immer wieder aufwängen. So, ich wollte das schon mal. Die andere Seite. Ja. Großartig. Und wird nie langweilig beim Opfer. Nee. Von was ich noch so konzentrieren muss manchmal. Und ich mach nicht. Und ich mach nicht. Das kommt halt ganz darauf an, nicht mal so drauf. Ich mein, der Tag ist noch jung, noch super frisch. Ich frisch, schreue Frauenfreundlich rein. Ja. Kann er nämlich in zwei, drei Stunden noch wieder ein. Dann sitzt er wieder hier. Wo ist denn der Stein? Hast du ja immer die ganze Zeit geladen. Ja. Ja. Tama. Ach so. Hättest du was gesagt, hätte ich dir geholfen. Hast du nichts gesagt? Hättest du. Du fehlst. Ich glaube, ich habe das Rattenloch gefunden. Wir hatten vorhin irgendwo eine Ratte. Ja, wir haben eine Ratte. Ich glaube, das ist hier. Wieder mal. Die haben sie öfter mal beigetan. Ja, finde ich cool. Und setzen sie es mal rein. Ja, wo? Oh, bitte. So schwer ist das jetzt nicht. Kröbel, kröbel und strahlen. Ja, und? Ja. Großartig. Was kriegst du einen Bonbon? Ey. Endlich. Endlich was zu essen. Seit Jahren verspricht er mir einen Bonbon. Ja, hab mich schon so lange drauf gefreut. Ja, genau. Ist fertig? Nein. Gut. So, der kommt. Auf der schwarze. Kann dauern. Eine Schraube zuzudrehen. Hast du diesen Dreier schon? Wo kommt denn der hin? Hier oben. Alles klar. Da kommt ja jetzt gleich eine Treppe rein. Schmieke. Ja. Kommt die einfach so da runter? Muss ich da irgendwas beachten? Ja, die musst du nur richtig rum. Das ist alles. So? Also so. Genau. So reinfallen lassen. Ja. Aber man kann es hinterher wieder ändern. Ist das nicht so? Genau. Wahrscheinlich muss der dann... Ne, der muss hier. So. Aha. Okay. Auf diesen Klotz dann halt. Und die dritte. Mehr kommt noch nicht. Stimmt. Aha. Jetzt kommen vier Stück. Scheiße. Wir haben auch noch fünf. Ja. Die eine kommt ja ganz nach oben. Deswegen. Das haben wir auch cool gemacht. Also die Treppe. Das ist wirklich interessant. Das kenne ich so noch nicht. Ja. Das gibt es auch nur in diesem Set. Die Treppe. Cool, ha? Noch eine. Ne, das wäre zu viel. Ja, kommt ja jetzt. Immer diese extra Röschen. Und dann kommt das. Ja, guck. Da ist aber trotzdem ein Stopp drin. Du kannst ihn nicht wieder rausziehen. Richtig. Das ist ja cool. Cool gemacht. Habe ich noch nicht gesehen so was. Schön, 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 schön. Schön, schön, schön. So, jetzt wird es... Oh, die Hochzeit. Jetzt wird es zusammengefilgt. Jetzt wird es zusammengefilgt. Ein Steinchen sie zu binden. Ja, stimmt. So, dann... Dann... mal zu der Zähne gefahren nichts mehr zu sagen. Jetzt war ja auch schon die Zähne. Jetzt bin ich ein bisschen faszinierend. Muss ich so sehen. Warum? Hier hin? Ne, wo kommt das drauf? Auf diesen hier. Da hinten? Ja, da hinten. Ach du ne. Ach so. Ach so. Ach so. War nicht. Ja, stimmt. Da fehlt bloß noch die Hälfte. Deswegen... So. Der kommt da... Ne, hier hinter. So, und dann... Ne, doch. Muss der. Ja, 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 jetzt ist klar. Okay, alles gut. Er gibt Sinn, ne? Das grüne hast du auch schon, ja. Das habe ich reingeformiert, ja. Mhm. Und dann kommt da noch so ein Schräger. Wo hast du den hin? Der kommt ja dann hier vor. Gut, aber schon. Schräger zu erkennen. So. Hm. Finde ich jetzt nicht, aber okay. Ja, von meiner Seite schon. Ich bin ja halb blind, weiß nicht, wenn ich so... Der kommt hier unten drin, oder? Ne, der kommt so rum rein. So rum rein, genau. Das ergibt Sinn. Und der grüne kommt... Den habe ich schon. Den habe ich schon. Der neben kommt auch noch einen. Hä? Aha, den haben wir nicht. Zweimal. So. Was ist das? Gleich wieder druf. Gleich druf. Druf. Und diese Treppe kannst du dir das mal vorstellen. Mhm. Oder kommt das nebenher? Nein, kommt der nebenher. Dann kommt da noch so ein grüner nebenher. Wer kommt da? Wer kommt da rein? Nein, 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 nein. Da ist eine Lücke zwischen. Da ist eine Lücke zwischen. Da ist eine Lücke zwischen. Ich habe es schon. Ja. Entschuldigung. Nein, nein, nein. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Nein. Mäh. So, da kommt der da drauf. Dann kommt da der sowas drauf. Ja. Dann kommt da nochmal so einer drauf. Und so einer daneben. Ich sag schon mal, der ist ja echt lang. Ja. Ja. Jetzt muss ich draufpassen. Jetzt muss ich draufpassen. So, jetzt kommt dieses Gebilde hier vorne. Da kommt der drauf. Dann kommt da ein Vierer rein. So. So. Und die Ecke ist doch hier drin. Hast du den grünen schon draufgelegt? Ja, ich such den gerade. Der ist bestimmt wieder einer. Ja, ist er doch. Oh. Oder auch nicht. Deswegen frage ich mal so gar nicht. Kommt irgendwo hier zwischen. Der kommt an mich hin. Ja, genau. So. So. Der kommt jetzt komplett hier rüber. Ja. Mit. Oh. Ja. Das. Deswegen ist. Ich darf es aber kaputt machen. Dafür ist es ja da, damit das jetzt hält. Was zum kaputt machen? Damit es jetzt hält. Ja. So. Dann kommt. Moment. Das ist jetzt nicht. So. Der kommt da hin. Der kommt da hin. Dann kommt da noch so ein grüner zwischen. Habe ich. Habe ich. Was ist hier mit dem grünen? Den hast du auch schon drin. Ja. Faserfrei. Da muss er jetzt echt ein bisschen aufpassen. Und nun Büsse. Ne. Das ist nicht richtig. Was ich ja mache. Da muss der hin. Genau. Dann kommt da so einer hin. Und ein grauer. Ne. Du hast zwei dieser. Ne. Ne. Da ist ein grauer drunter. Der hat zwar schon. Aber da ist auch ein grauer drunter. Ein grauer. Ein grauer. Da. Dieser graue Flache. Wo ist das überhaupt hin? Hä? Ja. Genau. Da passt aber nicht. Ja. Das stimmt aber auch. Ach so. Da. So muss das. Mein Fehler. Trotz den finden wir einen. Da muss noch einer so runter. Oder? Ne. Kann ja auch nicht sein. Da ist er. Der Vierer hier. Der sitzt da noch drin. Der Vierer. Genau. Deswegen. Der guckt da so raus. Und dann kommen da so Platten drauf. Ne. Die kommen nicht. Boah. Das ist aber echt schwer zu erkennen. Äh. Ja. Ist heute mal schwerer. Was halt noch. Zum aufpassen. Kommt das da drauf? Ne. Oder? Ja doch. Echt? Ne. Das kommt da runter. Ja. Wo bist du denn jetzt? Ja. Hier. Ach so. Ja das ist ja im Grunde gegessen. Ne ist es nicht. So. Ja wir sind uns hier wirklich sehr ehrlich. Ja besser als andersrum. Wo kommst du denn jetzt hin hin? Das kommt dann. Ja. Ich glaube der kommt hier hin. Ja. 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 Dann kommt der noch hier oben dran. Und wo kommt der hin den du da hast? Wahrscheinlich hier. Gar nicht. Ja. Ja. Das war anstrengend. Ja. Das war ein bisschen anstrengender. Ist das auch? Cool. Dann kann man dann schnell zusammenklappen. Ja. Das ist eine schöne Sache. Ja. Das war Tüte Nummer drei. Und ähm. Ja. Gleich sehen wir uns zum vierten und letzten Teil. Ja. Alles klar. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.